Und herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von, ich hoffe das sage ich richtig, Dead by Daylight. So jetzt ich bin der Monster und ich muss drei Opfer finden. So, gut. Und den Mike muss fertig drucken. Ja, und Aua, bei mir sehen wir uns nach dem Ladebildschirm wieder. Ciao. Tschüss. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Weil ich schnall bei mir mal den Ladebildschirm raus, weil der dauert Aua und Zua mal so lange. Ja klar, so lange. Ja genau. Dauert richtig schlange. Richtig schlange. Richtig schlange. Richtig schlange dauert der Alter. Richtig schlange. Richtig schlange. Das ist richtig schlange. Richtig schlange. So lange auch nicht. Oh, richtig schlange. Da sind wir auf dem Schrotthaven, Schrottplotter. Der Sebi ist schnub, Alter, der kann nix. Ein super Hinterwändler, genau. Ja. Warte, da war doch gerade jemand bei mir. Papa ist da. Ich glaube ich. Warum starte ich denn hier? Ich will hier nicht starten. Äh, hier hinten. Ah, warte. Ich hab hier was gefunden. Achso, hier wisst ihr was geil ist? Die Quicktime-Events, die kündigen sich an. Ja, mit Leertaste. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Was? Ah, da vorne ist einer. Ja, der Killer? Nein, äh, Ding. Ja, der Generator. Aber ich find's richtig gut, dass ich die Ketten hier gedauert bin, dann hört man ihn. Gut. Na, gucku. Wer ist da? Alter. Nooil! Komm zu Papa, komm zu Papa. Papa ist da, Papa ist da. Na, du Kinnasch, da hattest ich nur noch 3. Na, guck mal. Oh, scheiße, ich hab zwei sehen. Nein, nein. Na mal hinterher. Oh, Kinnasch, da hattest du nur noch 2. Was? 2 sind? Ja. Ah, der da ist. Na. Ah, scheiß. Du bist Arschloch. Na, da. Ah, Servi, keine Kraftausdrücke hier. Ah, was? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist der. Ihr habt nur 2. Nein, ich brauche einen Werkzeugkasten. Oh Gott. Hat jemand einen Werkzeugkasten? Ja, ich. Nee, aber... Michi, weißt du wo ich... Weißt du wo die... Ach, scheiße. Das kann ich jetzt nicht sagen. Weißt du wo ich denn? Hier in der Kiste. Mann, ich wollte gerade einen Haken sabotieren und jetzt habe ich keine Kiste, Alter. Da guck dir den scheiß Schrank nach! Vielleicht. Wenn ich dich höre? Ja. Da bist du. Da pisse dich mal. Lass mich mal los. Nein. Das mach ich nicht. Lass mich mal so rein. Ja, ist okay. Michi, machst du oder soll ich? Was? Was? Ja, was wohl? Äh... Ich glaube er campt. Passt auf. Ja, er campt. Ja, ich sehe ihn. Ja, jetzt kriegst du alles so richtig fett zurück, Alter. Halt auf zu campten und verpiss dich! Du bist Arsch. Hallo! Oh, Michi! Scheiße! Ah, fuck. Der ist schon an. Oh, ja. Das hat uns aber auch alle ab. Wir müssen uns mal irgendwo sammeln, Leute. Ja, hier. Nein! Wieso hat er mich denn jetzt? Ich war doch schon drüben, das leckt voll. Nein, nein! Jetzt, ich sehe einen! Ich sehe einen! Ich sehe einen! Nein, nein! Nein! Ich wage ihn nicht so! Okay, oder so. Ach, ne! Komm! Mike, wo ist der Nächste? Papa ist da! Papa ist super! nicht mehr ich wollte nur einmal versuchen ja das musst du vier mal versuchen und dann geht es echt ja es gibt auch ein perk womit das sofort geht ja wie du es hast ich hab das nicht leider lassen leert hast du schon mal spam er kämpft ja immer noch er ist jetzt bei den bussen alter du cheater er ist hinter dir wer auch immer das ist also wenn wir heute er ist ja hinter welcher ich bin auf der märkte voll was ich bin auf der märkte frei drüben ich bin auf der märkte frei ich bin auf der märkte frei hallo hilfe man sieht wie weit man fallen kann wiiiihihi leute ihr müsst das machen ich falle immer weiter in die tiefe leute im herzen hab ich jetzt umsonst dich geholt und alles ja sieht so aus nein 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 er kommt 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 er ach man sieht wie weit man fällt au ach nee hör doch jetzt aus wo ist Aya da will ich mich raschen ja der will mich raschen achja achja alter alter du helfe du helfe Kettensäge hier ey oaah spiel mit mir net höre hör auf alter Leckam Leckam Papa ach scheiße immer noch und dann beende ich jetzt hier die die aufnahme ich hoffe ich kann dir noch zuschauen mich hier drauf da spielst du mit meinen haken michi wenn du hängst dann siehst du dass ich falle ich hab noch ein der basti kann mitspielen okay dann hol ihn ran ja michi siehst du michi ich kann nichts machen da muss nur ein schlag machen dann hat er mich und er kennt bestimmt 100 prozent der max macht den letzten generator okay ich sehe dich ich falle immer tiefer okay ich gehe jetzt aus der lobby raus die verlassen hat keinen sinn okay aber guck mal man kriegt eine man kriegt keine schade man kriegt keine punkte wenn man verlässt man kriegt sowieso keine punkte weil du mit freunden spielst ja aber das ist gut zu wissen alter was hat denn der michi für ein perk ein äußerst seltener ist er noch bei dir michi ja ich drücke nur der taste hey dem hey dieser hinterwälder ey ja ich seh ihn bei dir rum ich wollte zuschauen wer wer wollte der noch mitspielen michi der basti ein kollege von mir da hol ihn mal ran hier weil du gleich tot bist ja hab ich schon so schön die äh testepi gegeben bei deiner mama unterm schoß ey ok so max als nächstes ist der max das modz und dann kann er den selber wieder time zahlen da geht jetzt unten bei eingangshalle ja wenn man letztes gibt doch so doch ich so auch so doch oh moin oh mein verdammt bist du leise ey das ist zu mir leise du bist genauso leise wie der michi ey und ich hör dich durch dich doppelt hm hallo doch ich höre mich doppelt ich kann gerne in der ausnahme machen aufnahme da weiß ich nicht keine ahnung scheiß ich hatte im gehör doch irgendwo ich höre auch seppi durch dich maxi zeig braue junge wer du nicht ja da war mir klar lauf max ja ich schätze er ist ja lauf jetzt jetzt nicht mehr laufen er sieht deine spur Das ist ein Vollteam, oder? Ja. Komm. Nee, nee, lass mal. Der, gib mir ein bisschen. Ah, der! Komm da! Ja, genau. Schnell. Oh, Mann! Muss ich mal, hör auf! Wunderbar. Ja, das hast du! So. Der Papa hat das erste Mal gewonnen. Hallo! Sabi, rede mal. Ja, hallöchön. Ja, red jetzt mal die ganze Zeit. Hallöchön, hallöchön, hallöchön. Ja, warte, hör mal kurz auf. So, mal sehen, ob ich den Screenshot... Okay. So, Leute, ich warte mal kurz auf. Ich will sagen, von mir aus, das war's. Und wir sehen uns... ...nächstes Video. Ciao. So. So.